Wir fahren jetzt heute mit einem ganz köstlichen Programm, nämlich mit den Pappnasen. Stadtweit bekannt, wir begrüßen ganz herzlich die Pappnasen. Wir haben also mit so schönen kölnischen Liedern ganz passende Texte und wir freuen uns sehr über die Pappnasen. Ja, hallo, wir sind die Pappnasen rot-schwarz, wir singen hier drei Lieder, wir haben ein paar Texte verteilt. Zum Thema sind die Lieder, wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder anderen laut mitsingen, sehen und hören. Danke. Heiligskam, Herr Kapitän, Et Mömer Bötsche fährt nach Syrien. Doch können da Flüchtlinge in Tschecke, doch mit sie nicht in den Nürnberg wegge. Heide Witzka, Herr Kapitän, et Mömer Bötsche fährt nach Syrien. Manchmal fährt die 18 bis 9, ist da ein Buch. Ist da ne Kuh, ist da ein Buch. Doch so züchter wird sie nach ihr Degayon. Da in wo die Flüchtlinge stammt. Liebchen Marie, ich hab ne Idee. Wir stechen jetzt einfach neu in den See. Und wenn er dann so Richtung Süden angeht, rufen mal voll und auf Freude. Heide Witzka, Herr Kapitän, et Mömer Bötsche fährt nach Syrien. Doch können da Flüchtlinge in Tschecke, damit sie nicht in den Nürnberg wegge. Heide Witzka, Herr Kapitän, et Mömer Bötsche fährt nach Syrien. Und nur noch Griechern schrecklich ähneltiert. Helfe bestimmt, mach mir Waffen mit. Verliefern deutsche Waffen und verdiene doch dran. Für Flüchtlinge wollen sie nicht haben. Liedchen Marie, so war ich hier steh'n. Helfe bestimmt, mach mir fertig, die ganze KD. Und wenn er dann so Richtung Süden angeht, rufe mal voll und auf Freude. Heide Witzka, Herr Kapitän, et Mömer Bötsche fährt nach Syrien. Doch können da Flüchtlinge in Tschecke, komm mit zu Nitt im Mittelmeer verwecken. Heide Witzka, Herr Kapitän, et Mömer Bötsche fährt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017